Musik 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 Es lebt Was ist das? Ich kann das nicht mehr abbauen Ich muss meine Waffe wieder umstellen Oh 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 mein Gott Melvin Es lebt Seid ihr mal Melvin auf der Insel? Es lebt Es lebt Es lebt halt wirklich Es lebt halt einfach wirklich Warum? Es lebt halt einfach wirklich Das ist einfach mein AI Das finde ich ziemlich Ich frage mich ob alles was hochfliegt auch wieder runter kommen muss Ja muss es Geh mal weg Mach mal ne E-Frage Das ist echt gut Alter ist mein E-Frage Ich glaube weil ich es getötet habe Ne Es guckt immer den Spieler an Es guckt immer Einen selbst an Weil ich gucke es zum Beispiel gerade an Ich muss die Geschwindigkeit wieder runter stellen Ich warte dann nur noch auf die Screenshots und Melvin Ach ja äh ja Ich schicke dir später auch noch welche Ich schicke dir später auch noch welche Äh Einfach bei den Bilder des Tages reinhauen Hm? Mensch Melvin Weißt du was ich mich gerade frage? Warum bist du so ein Lutscher? Komm nah dran Warum bist du sein Opfer? Welche davon ist deine? Kass euch alle Hm? Welche davon ist deine? Was ist meine? Achso Welche davon ist deine? Hallo meine Hühner Die Auflagen noch an Ja seit zwei Minuten wieder Ich dachte das wäre das Ende Äh Ich bin doch erst bei Folge 133 135 Das hört sich besser an Warum? Was hast du vor? Du würdest schon wieder raus gehen? Wird schon wieder ein anderes Spiel spielen? Ne Melvin Du hast noch ganz viele Cubblestone Generator Melvin Wie geht es eigentlich Sarah? Ich habe auch noch 100 Cubblestone Generator auf Vorrat Melvin Hä? Wie geht es eigentlich Sarah? Super Ja Ich habe noch eine andere Idee was wir machen können Wir sind doch alle gerade dabei Bossen zu klatschen Wir haben doch jetzt den Boss geklatscht Ja Ja Ach komm ich habe noch eine andere Idee Komm zu meiner Ende Oh Huch auf Und was hast du noch? Ich habe noch eine andere Idee was wir umbringen können Und das wäre was? Das werde ich jetzt nicht verraten Ich sage so viel Ike wir haben den Gegner schon geklatscht Fängt der mit G an? Ja Okay Dann muss ich erst einmal zu dir rüber gehen und mich aufladen Ja kannst du mich machen einfach meine riesen Vibrant Capacitor Bank benutzen Reicht das nicht aus wenn ich mich bei dir einfach nur hinstelle? Die ist schneller Wo? Die habe ich extra oben drin Da Die habe ich extra nur dafür geholt um eure Sachen aufzuladen als ich die Dings gecraftet habe Ja Dann setze ich jetzt hier einen Cut Wohin? Zu mir Genau Zu So Ich sehe nur zwei Leute Melvin hat Angst Ey Fetty komm her Bin ich mal fett Dann halt Melk Fetty Hier bei den Beacons Beacon Hey Feigling komm her Ich kann doch jetzt nicht nach Beacons Boaaaaa Wuuu Ach und ihr könnt nicht diesen Preis verlassen jesee Oh das ist gelöst Und hier eine Das wäre doch eigentlich praktisch wenn sich jeder in eine Ecke stellt Ja ich steh mir hier Ja ich steh mir hier Alex Wer rennt? Tyrox Du sollst dich in eine Ecke stellen Du kannst nicht zu weit in die Ecke Äh da kommst du natürlich hin Oder denn Mitter Boah Boah sieht ja aus wie Er sieht aus wie ich Hallo Das ist mal ein anstrengender Gaia-Kampf Das ist mal ein anstrengender Gaia-Kampf Aber wieder zurück Bist du Ich habe Melvin, der ist bei dir! Lecker! Da kommt so! So, warte, die Fahnen übernehme ich! Ich würde von mir weggehen! Und... Warte, warum klappt das nicht? Jetzt klappt es! Oh, ich hab ne Wolke bekommen! Boah, ich hoffe Tyrox stirbt! Es könnte sein, dass mein AOE ihn killt! Dann mach das ruhig! Also, dann hörst du mich wieder nicht! Ich hab nichts dagegen! Ey, ich will nur die Köpfe einsammeln! Die kannst du im Hinterkopf einsammeln, die brauch ich nicht! Wenn er die Phase ist zu Ende, ich stell mein AOE wieder runter! Der ist bei dir! Ich bin da im... Au, hier war ein Boxstein, musste ich eben! Der ist krass! Oh! Nooo! So, alle hin dran und mal Sachen droppen, die ihr nicht braucht, weil ihr davon euch solltet ein Knut bekommen! Bzw. Melvin hat alles vielleicht aufgesammelt! Da stehen an einigen Sachen Namen dran! Äh... Und vor allem an Würfeln! Ich hab nen Dice of Fat! Ich auch! Ne, ich nicht! Ich hab aber nur einen! Dann nehmen wir einen, ist hier hinten getroppt! Oh, jetzt hab ich zwei! Ey, ich hab meinen! Dann hab ich Tyrox eingehabt! Oh, ich will den Musik, wo sieht das? Äh... Und Ike hat noch so nen Pinkinator! Ja... Oh, du... Bleib mal kurz da, Ike! Weil jetzt hab ich den... Und halt den Pinkinator bitte bereit! Ich hab kein Dice of Fat mehr! Nö, jeder müsste jetzt ernst haben! Aber ich hab gut, äh, Botania Zeug bekommen! Fetzt! Ja! Äh... Hast du den Pinkinator in der Hand? Ja, hier! Bitte nicht draufhauen, sondern nur alt Pinkinator benutzen! Direkt, soweit du die ganze Zeit spammen! Äh... Hab ich! Ja, du sitzt auf nem Böser! Äh... Kannst du den steuern? Nein! Der ist zu doof für alles! Der kann nichtmals fliegen! Was macht der dann? Pinkseid! Du hast jetzt einfach nen zahmen Böser! Der greift eigentlich an! Er ist einfach wunderschön! Mein Würstchen! Da! Da, Melvin! Da, Melvin! Da, Melvin! Oh! Das ist nicht nur Melvins! Du hast auch meinen! Mh... Bestimmt! Nein! Kannen Bock mehr! Nein! Auch! Was macht der eigentlich? Machen! Ich mach jetzt ne Musikbox! So, CO2 hat's dein, Melvin! Äh... Nein, ich hab Melvin! Sein und dein! Nein! Ne, ich hab meinen! Du hast dein und Melvins! Hier steht Sorrowbound to Ike! Äh... Oh! Ich hab deinen! Ja! Kann ich jetzt meinen? Nein! Ich hab immer noch Melvins ein! Oh! Ja! Ich muss länger auf Sneak bleiben! Jetzt hast'n! Ja! Jetzt hab' ich meinen! Melvin! Also ich kann nichts mehr einsammeln! Ich bin komplett voll gerade! Was mach' ich jetzt mit nem Würfel? Uh! Rechtsklicken! Wir müssten alle derselbe Gegenstand bekommen haben! Boah! Oh! Was macht der? Ein Schlüssel! Ja, warte! Äh! Hab' ich noch... Was macht der? Ipass to Mana Tablet! Ich kann den aufziehen! Äh... Ne! Ah, fuck! Soulbound to Melvin! Ja! Wenn ihr mein Arsenal Inventar habt, kriegt der Schaden! Okay! Melvin, willst du mal meinen Schlüssel haben? Ne! Schade! Ich leine mal eben bei dir, äh... Living Rock aus! Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ne, du hast sogar noch'n Mana Tablet! Und ich nehm' einfach direkt das Mana Tablet! Und was hier Ding... Ach ja! Mal schau' das! Äh, da! Das wollte ich nicht! Ey, könntest du bitte sneaken? Das müsste... Was? Okay! Das reicht nicht! Ah, fuck! Das könnte schon reichen! Ihr wollt wissen, was der Schlüssel kommt? Ja! Jo! Hab' ich schon genug? Nein, ich hab' nicht genug! Ah, ich brauch' mehr Mana! Das könnte jetzt genug sein? Ne, ich gar nichts! Also, das ist nicht genug! Warte, ich... Hast du noch Mana, Ike? Ich hab' Level hier! Äh... Musst du mal... Bei mir gucken gehen! Hier, warte! Ich geh... äh... Level... Level bringt... Achso! Ja, du hast noch Mana in deinen Elfen-Gateways! Ich hab' in allen dreien Dingern hier Mana drin! In allen drei... Oh, da... Hier hast du auch Mana drin! Ich hab' mir mal ein bisschen Mana! Da... Und da ist noch! Ja... Eine hab' ich nicht leer... Hab' ich nicht mal so eingekrührt... Äh... Oh! Der ist falsch rum eingestellt! Komm' mach' ich den hier auch eben leer! Ja! Ja, mach ruhig! Ich brauch' das brutalen Zeug eigentlich gar nicht mehr! Mhm! Wir haben mir jetzt sogar hier den zweiten geklatscht! So! Und rüber zu meiner Insel! Jetzt hab' ich auf jeden Fall genug Mana! Und ich hab'n Lack! Ja! Daher auch gestehen bleiben! Ich will sehen, was das Schlüssel macht! Ich hör's! Ah! Das kenn' ich! Das kenn' ich irgendwoher! Stimmt! Das hat noch aus Sascha sein! Also... Nee, das mein' ich nicht! Äh... Auf Mana! Oh! Wo ist Melvin? Weg! Melvin stehen bleiben! Ja! Kein Mana, Melvin! Das kenn' ich! Brauchst du'n Thumbmail, Ike? Hab' ich schon! Hab' ich grad eben gemacht, wo du Melvin eingekriffen hast! Wie macht man das? Du brauchst Mana im Inventar! Wie bekomm' ich Mana? Von Ike! Aber Ike hat nichts mehr! Ja! Indem du pupsen tust! Ist das schon vorbei oder was? Was? Wow! Hehehehe! Ja! Ja! Äh... Das rein... Das rein... Das rein... Meins sollte ein bisschen stärker reinhauen! 108 Schaden! Ja! Ich schmürte mich mal ganz kurz! Hm! Auf meinem Kanal! Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare da! Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch für Projekte sehen wollt! Bei welchen Projekten ihr gerne dabei sein wollt und und und! Ich bin für alles offen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt! Bis dahin bleibt entspannt! Genießt den Tag und Bye Bye!